Willkommen ihr Lieben zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir dem TU, mit mir dem Thorsten. Und ja, es ist mal wieder so ein bisschen an der Zeit ein kleines Liga-Fazit zu geben. Also ich denke mal, ich weiß nicht genau bei euch, kann sein, dass die Liga noch nicht ganz um ist, aber bei den Accounts, die ich so ein bisschen bespiele in den einzelnen Clans, ist die Liga mittlerweile um. Hier auch bei meinem Rathaus 13, bei dem fange ich an und leider abgestiegen. Uns fehlten am Ende irgendwie vier, fünf Sterne und ist aber, ja, wie soll man sagen, ist nicht so schlimm. Gruppe war stark, muss man sagen und verdienter, ja, eigentlich verdienter Aufsteiger. Der hat sich dann auch irgendwie so aus der Mitte nochmal vorgearbeitet. Cafetero und denn die Bad Boys waren eigentlich immer die ganze Zeit oben und auch die Italian Champs haben immer oben erster, zweiter gespielt. Aber, naja, der Spieltag besteht aus sieben Tagen und so sind wir jetzt erstmal in Champ 3 abgestiegen. Ich denke mal, wir wollen dann im nächsten Monat wieder versuchen, dass wir erstmal wieder Richtung Champ 2 gehen. Ist aber jetzt, ja, natürlich ist es schlimm. Aber, ich muss sagen, für mich jetzt, also wenn ich jetzt mein Fazit jetzt hier, und das ist ganz bescheiden, ich habe keinen Einständer diese Woche hingelegt, aber leider auch keinen Drei-Sterner, was natürlich sehr, sehr schade ist. Aber, was willst du machen? Ich gehe mal auf den nächsten Account, also hier leider abgestiegen. Hier gehe ich jetzt auch raus bei den GSI Warriors, denn die haben, oh, ich habe hier, oh, hey, 52. Okay, nehmen wir gerne mit. Alles klar, die nehmen wir sehr, sehr gerne mit. Also habe ich auch hier die 250 Sterne jetzt endlich durch in den Clankriegsliegen. Aber hier bei GSI gehe ich jetzt raus. Das ist ja so ein bisschen CWL-Klamm von Spätzchen mit Soße und für die Discord-Meisterschaft wird hier auch gespielt. Aber hier bin ich dann weg und bin dann wieder bei den Soßen. So, hier bin ich auf dem Rathaus 11 und ich sehe gerade gekreuzte Schwerter hier auf unserer Seite. Okay, oh, ich kriege was live rein. Das ist natürlich mal sehr, sehr cool. Während einer Aufnahme ein bisschen was live reinzukriegen. Der 10. hier vom FC Hollywood Junior. Da spiele ich immer mit dem, oder da bin ich eigentlich mit einem meiner Elfer beim, einem meiner Moderatoren, beim Gary, sein Clan. Und hier bin ich schon ein bisschen länger. Und hier passt das Gefühl eigentlich immer ganz gut. Und auch, und auch in dieser Liga hat es ganz gut funktioniert hier. Wir werden hier gnadenlos aufsteigen. Also, uns ist hier der Aufstieg absolut nicht zu nehmen. Mal sehen, was er hier jetzt gleich macht. Er hat noch ein paar Drachen am Start und auch ein paar Elektro-Drachen. Die hauen ihn jetzt aber heftig zur Seite ab. Oh, 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 oh. 10.10. Das könnte noch mal ein bisschen eng werden hier. Aber er hat noch ein paar Elektro-Drachen hier im Petto. Ein Elektro-Drache allerdings jetzt nur in der Mitte. Jetzt werden es ein paar mehr. Die können jetzt noch heftig, schaffen jetzt Rad hoch. Die können noch mal richtig heftig, ich wollte gerade sagen, einen ablassen. Aber das müssen die eigentlich packen, die drei. Jetzt haut er noch mal zur Sicherheit in Wut rein. Und dann sind das hier zwei gesunde Sterne. Okay, die muss ich auch noch machen. Also, hier ist die Liga noch nicht vorbei. Wir sind im letzten Spieltag. Und ich bin hier auch nicht immer zum Einsatz gekommen. Ich glaube, ich habe den ersten Clankrieg nicht gespielt. Oder den zweiten, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, es war der erste. Aber ich habe hier dennoch dann meine Sterne machen können. Auch teilweise ganz billig, Leute. Ich durfte mit meinem Elfer sogar mal ein Rathaus 5 machen. Glaubt man gar nicht. Aber so war die Verteilung hier so ein bisschen. Und nachdem wir letztes Mal schon aufgestiegen sind, dann haben wir aber, glaube ich, eine 30er gespielt. Das steigen wir dieses Mal auch wieder auf mit dem Clan hier. Und ich glaube, das war es jetzt auch. 71 Prozent. Ihr seht das 23 zu 9. Und ich muss auch noch ran. Allerdings habe ich, ja, Donnerbänge, tolle Wurst. Ich habe keinen, ich habe keinen Worten. Scheiße, ich habe keinen Worten. Ich weiß noch nicht, was ich da mache. Da muss ich mal gucken. Aber ihr seht hier das Ergebnis. 287 haben wir jetzt schon. Und ich muss allerdings hier auf den 10er ran. Habe ich jetzt gerade gesehen. Ich muss auf den Rathaus 10 ran. Da muss ich die Wortenzündung vielleicht doch nicht haben. Ich hatte den ein bisschen verfrüht hingelegt. Hätte ich vielleicht auch ansagen sollen, dass ich den Worten schon mal level. Das mache ich nämlich bei dem anderen 11er auch. Und deswegen wollte ich dem hier jetzt nicht vorgreifen. Es kann sein, dass der hier ein Buch hat. Aber ich halte ja die beiden 11er immer so ein bisschen gleich. Naja, okay. Also hier werden wir aufsteigen in Crystal 2. Sehr, sehr nett. Und dann springen wir mal rüber zum Free2Pay Clan. Okay, hier bin ich auf Lela. Jo, Lela kennt ihr sicherlich den Account. Der ist nämlich durch. Ich muss noch ein paar Mauern machen. Und soweit ich weiß, immer eine Forschung, die ich habe, das ist immer meine letzte Forschung im Labor. Und zwar ist es der Erdbebenzauber. Den muss ich noch ein paar Tage leveln. Und dann ist das hier aber auch gewesen mit dem Account. Beziehungsweise ich muss mal gucken, ob wir dann mit dem schon hochgehen oder ob wir den erstmal auf 8 lassen, damit ich überhaupt noch einen 8er habe. Aber Leute, Rathaus Level 8 geht echt mal schnell. Glückwunsch zum Aufstieg hier nach Gold 3. Ich bin mal gespannt, ob wir uns in Gold 3 hier noch halten. Denn wir spielen hier ja only Rathaus 9, 8, 7, 6 in der CWL. Und ich weiß nicht, ob das in der nächsten Saison auch noch so klappt. Denn wir haben hier natürlich schon immer mal so ein 11er oder so gehabt. Und warum haben wir hier eigentlich so hart gewonnen? 539 Sterne haben wir gemacht am Ende, weil die Gegner teilweise nicht angegriffen haben oder sie hatten nicht so gute Dörfer. Oder es war auch mal so ein bisschen so wie hier beim Toto, der sich das Ganze so ein bisschen reingemogelt hat. Ihr seht das hier, das ist immer noch eine ganz gängige Armee, um einen Rathaus Elf in die Knie zu zwingen, auch wenn er einen Adler hat, der sogar auf Level 2 ist. Und so kann man das immer ganz gut machen. Da müsst ihr halt sehen, dass ihr eine Base erwischt, wo vor allen Dingen die Luftabwehren sehr, sehr tief in der Base stehen. Und das seht ihr hier, die stehen im inneren Kreis. Da kommt erstmal nichts hier an meine kleinen Babydrachen dran. Und so kann ich hier schon mal so ein bisschen so außenrum die ersten Prozente scheffeln. Da muss man dann allerdings auch so einen kleinen Weg Richtung Rathaus bahnen. Das heißt also, so ein bisschen Funnel muss ich dann schon, auch wenn ich gleich einen Erdbebenzauber ja dabei habe. Aber so kann man es ganz gut machen. Ihr seht, die Prozente zählen immer weiter hoch. Und fast 50% schon mit den Babydrachen hier geholt. Und die sind jetzt auch, sie sind sogar schon Richtung Basis hier gekommen. Also schon an den äußeren Kreis. So weit habe ich das hier abgeräumt. Nur mit den Babydrachen. 40% waren es bis dahin. Einmal den Erdbebenzauber hier geschwungen. Und dann geht das hier heftigst in diese Base rein. Wobei ich sagen muss, heftig ist übertrieben. Ein paar Magier, ein Golem und ein paar Bowler im Gepäck in der Clanburg. Helden dahinter und Doppelgift hier genommen. Beziehungsweise, ja, die hatten sehr, sehr häufig so einen Elektro-Drachen bei den Rathaus-Neunern. Auch in den Clanburgen. Und das ist unheimlich eng hier gewesen. Denn die Queen entscheidet sich doch nochmal. Nachhin habe ich gesagt, jetzt macht ihr erst das Skelette an der Tornado-Falle. Aber dann macht sie dann doch noch kurz mal das Rathaus. Das war ja schon angehittet. So kann man es eigentlich ganz gut machen. Und so mussten das viele hier oben machen. Um dann an die restlichen Sterne zu kommen. Wir haben auch gerne mal oben ausgelassen. Und haben halt im unteren Bereich in der Regel hier alles zugemacht. So hat uns das Ganze so ein bisschen die Sterne gesichert. Auch wenn wir einmal verloren haben. Das war jetzt gegen den Zweiten. Der war dann doch ein bisschen zu übermächtigt. Aber er kam halt sternemäßig auch nicht an uns ran. Und auch wenn der wahrscheinlich auch nur gewonnen hat. Beziehungsweise der wird wahrscheinlich nur gewonnen haben. Und wir haben halt eins verloren. Ist aber nicht so schlimm. Aber ich bin mal wirklich gespannt. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob das noch funktioniert mit Rathaus-Neun. Jetzt in der nächsten Liga. Das heißt, die nächste Liga ist ja für uns dann Gold 3. Und ob wir uns dann noch halten. Oder ob wir nicht auch vielleicht doch die Türen jetzt aufmachen müssen. Für so ein paar. Ja, vielleicht für den einen oder anderen Rathaus-Szenen. Crème de la Crème. Sprung zum Avatar. Ja, ist natürlich nicht Crème de la Crème. Aber immerhin ein nettes Rathaus. Rathaus 12 auch ziemlich weit schon fortgeschritten. Also auch hier geht es Richtung Rathaus 13. Und das ist auch bitter nötig, wenn ich in meinem eigenen Clan noch weiterhin spielen will. Denn wir sind hier aufgestiegen. Hurra, wir sind aufgestiegen. Wir haben es endlich gepackt. Im dritten oder vierten Anlauf, glaube ich. Jetzt nach Meister 2 hier. Und das vor allen Dingen mit vier Rathaus-Swilvern unten. Was wir in der letzten Saison mit zwei Rathaus-Swilvern nicht geschafft haben, haben wir diese Saison mit vier Rathaus-Swilvern geschafft. Die Gruppe war aber auch ein bisschen einfacher. Teilweise mit Rathaus 11 unten. Aber ich denke mal, dennoch verdient gewonnen. Am Ende dann sogar noch mit reichlich Sternen. 301 Sterne haben wir gemacht. Und wir sind dem zweiten dann nochmal extremst weggelaufen. Ihr habt ja vielleicht die Folge von Montag noch im Kopf, wo ich ja gesagt habe, ich kann hier eigentlich nicht meckern. Und normalerweise müssten wir aufsteigen. Haben wir auch gemacht. Ich weiß gar nicht, was den letzten Clan hier, die Fifty Stars, so heißen sie, glaube ich. Ich habe die irgendwie so SOS-Sterne genannt. Was die geritten hat, in 15 Angriffen nur 16 Sterne zu machen. Ich hätte fast gesagt, das haben die extra gemacht. Weißt du, so nach dem Motto, okay, wir machen einen Stern und brechen dann ab. Da hat sich dann einer nicht rangehalten. Also von 15 Angriffen nur 16 Sterne ist natürlich mau. Ich meine, gegen uns haben die auch heftigst gepatzt. Aber dass sie am Ende dann nochmal so dermaßen keine Lust mehr auf die Liga haben, weil sie jetzt nicht aufsteigen, das ist natürlich ein bisschen schade. Aber zwei steigen hier leider ab. Son Kahle hat es dann leider doch nochmal auf den siebten geschafft. Also die waren eigentlich ein bisschen höher. Die waren, glaube ich, bis dahin vierter oder fünfter oder so. Sind dann doch nochmal ziemlich stark Richtung Abstieg gegangen. Naja, und wir haben uns hier wirklich super geschlagen. Also war eine wirklich tolle Woche hier, teilweise sogar mit Discord-Planung. Fand ich sehr, sehr schick. Haben wir teilweise mal so ein bisschen im Discord geplant. Und den einen oder anderen hat sicherlich auch geholfen. Ich weiß nicht, ob das den Jack hier geholfen hat, der auch eine Nullnummer hingelegt hat in dieser Woche. Und jetzt auf Rathaus Level 13 hier drei Sterne geholt hat. Aber da haben wir reichlich von gehabt. Und, achso, ich dachte gerade, ich wäre nicht in der Wiederholung. Aber da unten tickert ja die Zeit noch ab. Und hier geht es exakt bei drei Minuten los. Also 3, 2, 1. Jetzt geht es los. Hat sich nochmal die 30 Sekunden Zeit genommen, um nochmal ganz tief über diese Base hier zu gucken. Was hat am Start Drachen? Okay. Ja, habe ich auch mit angegriffen mit Drachen in dieser Woche einmal. Also nicht nur Yeti Smash oder Hybrid, sondern auch Drachen waren hier am Start. E-Drachen waren am Start. Und ihr seht, er holt hier wirklich eine Mine nach der nächsten raus mit seinen Kokoluns. Und fast jeder hatte hier, glaube ich, Mauerbrecher equipped, also an Super-Truppen. Mal sehen, ob ich das nächste Mal wieder so hinbekomme, dass ich auch selber beim 13er und beim 12er hier Super-Truppen habe. Denn die helfen schon ganz gut. Vor allen Dingen, ja, die Fassroller sind wirklich, wirklich stark. Und, okay, die brauchen 8-Truppen Platz, aber die sind absolut nicht verspendet. Denn mit einem Mauerbrecher, seht ihr hier, und der wandelnden Queen kommt man hier super rein in die Base. Ich weiß nicht, ob da 4 Mauerbrecher es dann auch geschafft hätten. Aber gegen einen Multi-Inferno musst du mit Mauerbrecher nicht unbedingt kommen, außer du frostest den einmal. Er wutet jetzt hier zwar ziemlich heftig durch und hat jetzt am Ende nur noch einen Wutzauber und zwei Frostzauber. Das ist nicht mehr viel. Aber ich glaube, es muss ja irgendwo gereicht haben für die Drache. Der nimmt jetzt oben das eine Compartment mit dem Zeppelin raus. Okay, was hat er hier drin? Da sind Jedis jetzt diesmal drin, die jetzt auch den Inferno rausnehmen und auch noch den Tesla wahrscheinlich. Ja, der Tesla fällt auch noch. Und oben wird jetzt weiter gefundelt. Queen ist immer noch am Start. Also schön gemacht hier, schön weit, weit laufen lassen. Und die nimmt sich jetzt gleich dann hoffentlich auch den Scatter-Shot noch raus. Denn der tut doch ein bisschen weh. Oben schon mal zwei Drachen gesetzt zum Funnel. Dass seine restlichen Drachen jetzt gleich auf jeden Fall nur noch das letzte Compartment machen müssen. Oder die letzten beiden. Aber das Passing ist jetzt schon sehr gut. Queen ist noch zündbar. King ist noch zündbar. Alles noch im grünen Bereich hier. Queen jetzt gezündet. Und der Dicke hat eben schön das Feuer auf sich gezogen vom Adler. Der muss jetzt ziemlich schnell fallen. Und ihr seht das hier. Das Passing war einfach, ich will nicht sagen überragend, aber es war schon beeindruckend, dass er hier wirklich alle Truppen in der Base hält. Und ihm da so gut wie kein Drachen großartig rausgeflogen ist. Aber gegen Funnel mit dem Royal Champion. Und der ist jetzt auch noch zündbar. Also wollen wir mal gucken, wie das hier jetzt weitergeht. Beziehungsweise wie es hier überhaupt weitergeht. Denn in der nächsten Liga brauchen wir, glaube ich, nicht mehr mit Rathaus 12 hier aufschlagen. Sondern ich glaube, wir müssen dann doch nur Rathaus 13er nehmen. Wenn wir jetzt meist ab Meister 2 oder eigentlich schon ab Meister 3 haben wir gemerkt, dass es auch mal ein bisschen schwieriger werden kann. In so einer Saison hier. Und naja. Aber schön gemacht. Ja, danke schön, dass das immer wieder kommt. Das ist auch sehr, sehr nervig, dass wir in Liga 2 sind. Und schöner Aufstieg hier. Glückwunsch an die Herausforderer. Clan Deutschland Ad habe ich noch vergessen. Da habe ich im Moment keinen Account, glaube ich. Ich muss mal gerade gucken, der hier auf dem Tablet ist. Ich muss mal eben schauen. Die sind leider... Ah ja, okay. Der Clan ist mittlerweile auch leer. Und wir sind leider abgestiegen. Auch das hat er da, glaube ich, gesehen. Das war das Katastrophen-Video. Die Katastrophe ging eigentlich noch ganz gut zu Ende. Wir haben noch ganz gute Sterne da auch gemacht. Aber es war halt nichts mehr zu reißen, was Sterne angeht. Nach oben haben dort alles gegeben. Und werden mal so ein bisschen umbauen dort, dass auch, dass wir da vielleicht so ein kleines, so ein, zwei Ligen höher spielen können. Naja. Sei es drum. Das sollte zumindest ein kleines Liga-Fazit sein hier. Ich hoffe, die kleine, aber feine Folge hat euch ganz gut gefallen. Wenn ja, dann lasst mal einfach einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen. Am Kanal dranbleiben. Und vor allen Dingen auch an den Livestreams dranbleiben. Denn ich habe so ein bisschen aus dem GML Gladiator-Turnier, so ein bisschen aus den Playoffs, für euch was zu zeigen. Also bleibt einfach dran. Guckt, wann ich dort streame. Also followt mich einfach auf Twitch. Und auch dort gibt es eine Glocke. Dann verpasst ihr auch keinen Livestream mehr von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Toto. Clashed.